Willkommen zu dem Lehrvideo Löschen einzelner Wände in vSoft Premium. Klicken Sie im Bereich Raum-Wand auf eine einzelne Wand. Mit dem Button Löschen oder der Entfernen-Taste können Sie diese löschen. Wechseln Sie nun in die 3D-Ansicht und löschen Sie hier ebenfalls eine Wand. Wände lassen sich nicht nur löschen, sondern auch teilen und wieder zusammenfügen. Viel Erfolg beim Arbeiten mit vSoft Premium 2015!